Hallo und herzlich willkommen hier bei Black Destiny mit eurer lieben Mondgoss und wir spielen mal wieder Slime Ranger. So, da ihr gerade aufsaugen ist, nehmen wir die alle mal gleich mit. Ja, ich weiß, ihr seid stinkig, aber das ist mir gerade egal. Also ihr müsst noch einen sammeln. Oh, hier ist auch schon über 100. Das ist Wahnsinn, was die alles, äh, ich mittlerweile an Plots bekomme. Mann, wir können uns tot und dämlich sammeln. Gut, mal, mal, mal. Ja, hier haben wir, guck mal, jetzt haben wir ja auch schon fast 80. So, mal ganz schnell ausleeren. Und ich weiß auch gar nicht schon, wohin wir mit den Sachen, Wahnsinn. Also um Geld brauchen wir uns auf definitiv keine Sorgen machen. Gehen wir mal ausleeren. Mehr Gemüse, mehr Gemüse, mehr Gemüse, mehr Gemüse. Ich brauche mehr Gemüse. Ja, ich weiß, mehr Gemüse. Hey, was sieht denn bei euch aus? Ah, gut. Das haben wir gut gelernt. Und jetzt wäre es leer. Super. Was ist hier los? Auch noch voll. Gut, dann werden wir hier auch mal lernen und auch mal Geld wegbringen. Wie ihr seht, wenn man eine bestimmte Anzahl hält, funktioniert das eigentlich schon so ganz gut mit dem Geld machen. Das ist jetzt eigentlich nicht das Problem. So, aufmachen. Wollen wir aber gleich losgehen. Mal gucken, was so in den Dingern so drin ist. Ich habe keine Ahnung. Jetzt können wir die Grünen aufmachen. Es gibt, glaube ich, noch Blau und noch eine Farbe. Das kann ich euch aber gar nicht... Oh, da war gerade so ein Rhythmus drin. Da war mir das gerade egal. Okay, gehen wir mal nach hinten gucken, ob vielleicht noch was fertig ist. Wir müssen sammeln, 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 sammeln. Ja, die möchte ich auch gerne noch einreichen. Ich habe da so alles was, was ich gerne hätte. Nein! Okay, seid ihr drin? Ihr seid drin. Okay, damit... Machen wir mal ein bisschen Baumsauging, damit am nächsten Tag wieder was kommt. So, dann können wir gleich mal gucken gehen, ob da hinten vielleicht noch eine Teil ist. So. War noch ein Huhn. Einen Huhn will ich aber nicht. Mal gucken, ob hier noch... Okka-Okka ist noch nicht fertig. Hier werden noch Möhrchen und Hühner. Hier ist... Ist angepflanzt? Ja, Zwiebel. Zwiebel. Mal gucken, was ich glaube... Hoppala. Ah, nein. Gut, hier ist die falsche Kapsel. Verentwickelter Schatzknacker. Okay, gucken wir mal, ob wir hier immer noch eine... So, die brauchen wir definitiv. Ich gucke gerade... Den Hahn brauche ich gerade nicht. Nein. Ich gucke gerade, ob wir hier noch so eine Kugel finden. Ja, im Notfall weiß ich ja, wo eine ist, aber... War doch cool gewesen, wenn man jetzt eine so auf Anhieb findet. Ja, ich weiß, jetzt kommen diese Nachtviecher... Aua. Raus. Und die sind mir, glaube ich, gerade vollkommen wuppe. Rot, hier ist keins. Wir müssen unbedingt ein grünes finden. Hm, keine Hühner. Es sieht immer süß aus, wenn die sich stapeln. Ja. Was gibt es da drin? Spiriler Dampf. Oh. Wenn du nachsuchst, wirst du es wertvoll finden. Oh, Labor. Okay, wenn ich sowas also öffne, muss ich unbedingt gucken, dass ich... Ja, endlich... Ich weiß noch, wo eins ist, aber ich weiß nicht, welche Farbe das hat. Hui. Wupp. Ah, hier. Was ist das? Violetter Slime-Lampe. Ey, cool. So eine Slime-Lampen würde ich eigentlich gerne schon in meinem... Ja, ich weiß, ihr seid zickig. Jetzt bin ich bloß in Ruhe. Ja, Treffen, ne? Collision. So. Aha. Nicht getroffen. Schnaps besoffen. So. Jetzt mal was gucken. Ja, nachts kommen hier locker mal so eine Teile. Ah, da ist noch ein. So, wir sind auf jeden Fall unter die Schatzsucher gegangen. Ein Schwammbaum. Einfach nachschweigen. Na toll. Was ist jetzt schon wieder ein Schwammbaum? Sourcen? Nee. Wahrscheinlich die da, dekorativ, hübsch. Mal gucken. Ah, okay. Das finde ich ja ganz cool. Naja, wir sind jetzt hier gut am Fressen. Hier war, glaube ich, noch eins. Genau. Wir wollen ja alle öffnen. Korallenfleck. Okay, es sind wirklich teilweise also diese, ähm, Hübschmachtteile. Wenn wir nur ein bisschen die Gegend hübsch machen können, das hat mir eine, glaube ich, eine Frucht geklaut gerade. Okay, nicht so schlimm. Vielleicht ist hier hinten irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wofür dieser Weg ist. Dieser Weg ist zu Ende. Dieser Weg wird kein leichter sein. Nein, ich wollte gucken, ob es hier noch irgendwo so eine grüne Kapsel gibt. Die müssen wir ja sowieso finden. Und ich finde das irgendwie total spannend. Total geil. Man kann also auch dekorativ alles noch verhübschen. Hui. Nee, ist doch schon die Hölle, wo es aus ist, oder? Wenn jetzt noch nicht gleich, aber... Uh, was ist denn hier? Huh. Komisch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich hier schon mal war. Hey! Wir haben noch ein Tor gefunden. Ein spontanes. Das freut mich aber. Oh. Oh. Hübsch. Hm. Hm. Okay. 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 Hier ist noch ein Schlüssel. Wir haben noch nicht alle Schlüssel. Geil. Boah. Da bin ich ja gespannt. Ich bin jetzt echt buff. Okay. Hier in die Figuren scheinbar Sachen reinmachen zu müssen. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Hm. 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 Dieser Ort ist natürlich mal voll Hammer. Ne? Kann ich echt sagen. Ist noch ein Slime? Da ist noch... Guck mal, da ist ein Flugslime. Hier ist ein Atomslime. Okay. Da ist ein Flugslime. Da ist ein Atomslime. Da ist ein Knallslime. Okay. Nee. Miezekatze oder... Nee, Knallsl... Dieses... Dieses... Diese Ding. Okay. Muss ich auf jeden Fall mit diesen Teilen wiederkommen? Das finde ich jetzt schon mal ganz cool. Freue ich mich ja riesig drüber. So. Wenn ich jetzt hier... Das hätte ich gar nicht entdeckt. Wahnsinn. Wenn wir nicht immer so neugierig werden, ne? Jetzt wollte ich eigentlich gucken, ob es hier irgendwo so was zum Öffnen gibt. Eigentlich nicht dieses geile Geheimnis da hinten entdecken. Was ist das denn, Leute? Jetzt haben wir natürlich erstmal noch ein bisschen was zu tun. Das ist doch mal richtig gut. Also da freuen wir uns natürlich riesig drüber. So. Jetzt gehen wir mal noch da rüber. Gucken, ob hier noch eins zum Öffnen ist. Nein. Gut. Es ist jetzt... Uh. Es ist jetzt morgens. Ähm. Das heißt, es wird jetzt auch gleich... Genau. Es wird jetzt schon hell, wie ihr seht. Da wollen wir eigentlich nach Hause beigehen. Und da gehen wir auch gleich nach Hause. Wahnsinn. Ich bin immer noch geflasht. Daran müssen wir unbedingt dran denken, dass wir sowas Cooles entdeckt haben. Aber natürlich denken wir daran. Wir sind ja auch nicht... Uh. Ich geh mal weg. Ja, ja. Könnte mal von mir aus alleine explodieren. Oh. Hat das noch so ne grüne Kapsa? Habt ihr das? Haben wir jetzt fast übersehen. Was kriegen wir jetzt? Ein Bauplan. Orange Lampe. Ja. Das ist natürlich das, was wir unbedingt brauchen. Ich bin schon gespannt, was passiert, wenn wir die alle einreichen. Die ganzen Steine von denen. Wir haben jetzt natürlich keinen einzigen Stein bei. Das ist eher... Boah. Jetzt wird sich da runter geschubst. Eher schade. Da ist ein Portenstein nach Hause. Und zu Hause. Da sind wir auch schon wieder zu Hause. Das war ja mal ein geiles Abenteuer. Also ich muss echt sagen, ich bin nicht geflasht. Wir werden definitiv herausfinden, was hinter dieser wunderschönen Tür ist. Ne? Wir müssen ja auch gucken, dass wir... Ja. Wahnsinn. Tut mir leid. Ich bin immer noch total sprachlos, was das angeht. Schön. Nein, hier war nichts sehr angepflanzt, ne? Doch, hier ist noch was angepflanzt. Okay. Ich weiß, jetzt können wir gerade die anderen nicht aufsammeln. Die wunderschönen Dings. Ist jetzt aber auch egal. So Möhrchen haben wir, das haben wir, das haben wir. Gehen wir mal nach hinten erstmal. Unsere Spinnerchen füttern. Ich muss aber nicht noch mehr einsperren von. 14 sind einfach nicht genug. Definitiv nicht. Das macht irgendwie keinen Sinn. Naja gut. Hier ist noch nicht viel los. Und hier oben hin. Hier ist viel los. Hoppala. So. Dann werden wir mal die da reinschmeißen, damit die was zu essen haben endlich und mich mal in Ruhe lassen. So, ihr habt jetzt was zu essen. Ihr seid happy. Gut, jetzt gehen wir mal da lang. Boah. Hammer. Also, ich hätte das Spiel ja schon früher mal gespielt und ich bin absolut nur Fan davon. Ich bin ein hundertprozentiger Fan von Slime Ranger. Aber wie sehr sich das Spiel entwickelt hat, ist schon Wahnsinn. Fabrizieren. Fabrizieren. So. Die haben noch ein bisschen. Die haben auch noch ein bisschen. Okay. Dann. Wollen wir mal hier eininstallieren. Jetzt haben wir die Nacht durchgemacht. Sind mal nicht schlafen gegangen. Man sieht uns das natürlich total an, ne? Voll müde aussehen. Aber egal. Wir ziehen das jetzt durch. Da hinten wollen wir noch Bums reinsetzen. Genau. Und die sind noch ein bisschen beschäftigt. Die auf der anderen Seite auch. Gut. Dann gehen wir jetzt weiter Felder abernten. Denn wir brauchen unbedingt das, ähm... Ja. Brauchen das Essen. Sonst... Oh. Entschuldigung. Denn. Ja, ihr liebt eigentlich die hier. Aber davon will ich erst da einmal so voll haben. Dann habe ich das nämlich geschafft. Darauf freue ich mich schon irgendwie. Ist jetzt leer? Nein, das ist auch Zwiebel drin. Okay. Zwiebel, Zwiebel, Zwiebel. Überall Potsdamer, Paprika und Zwiebel. Ja. Okay. Die wollen wir natürlich... ... auch da hinbringen. Entschuldigung. Kaputt gegangen. Mist. Ja, es kann aber halt rauskommen. Huhn. 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 Wir müssen natürlich jetzt nach die anderen Thronen suchen. Hey. Okka, okka. Wir haben einen Fall zu wenig von Okka, okka. Hm. Hm. Okay, das hätten wir jetzt erstmal soweit geschafft. Meine Nase jucken. Hm. Eine der Bäume müsste jetzt eigentlich demnächst auslaufen, hoffe ich. Weil ich brauche unbedingt Okka, okka anpflanzen. Ich muss unbedingt Okka, okka anpflanzen. So. Oh, das ist Wahnsinn. Hier sind schon mal 24 drin. Hier sind schon wieder 8 drin. Okay, kann man nicht wieder reinsetzen. Kannst da reinschmeißen. Die freuen sich bestimmt darüber. Der ist jetzt erstmal eine Weile zu tun. So, einmal bitte voll machen. So, einmal bitte hier voll machen. So, perfekt. Einmal hier leer machen. Ja, ich weiß, jetzt haben wir da nichts mehr, aber es geht nun mal nicht anders. Wir haben momentan echte Ressourcenprobleme. Und hiermit könnten wir uns schon totschmeißen. Wahnsinn. und hiermit. Und hiermit. Und hiermit. reingeschmissen. Sieht hier aus. Fünf und sechs. Okay. Ja, die sind wichtig. Genau. Die brauchen wir unbedingt. So. Das ist schon mal sehr praktisch. Hm. Ich muss dann denken, dass ich jetzt mal einen grünen, einen gelben, einen, also vier verschiedene Sorten mal jetzt mitnehme. So. So, da rein. So, den brauche ich. So. Cool. Hm. Okay, die müssten wir jetzt. Ich weiß nicht, ob daraus ich... So. Ja, die machen wir gleich. Ich will was ausprobieren. Nein. Okay. Gut, passiert nix. Da wissen wir jetzt Bescheid, da passiert nix. Ach, ich hab das doch alles noch. So, ich muss jetzt das Ding da noch entleeren. Hm. Das ist natürlich doof. Wahnsinn. Okay, dafür brauchen wir zum Beispiel... Oh, Lava-Staub. Okay, was man da alles noch kriegt. Wahnsinn. Ah, die Büsche sind nicht kurios. Okay. Wenn er das sagt, dann sind wir halt nicht kurios. Das sehen wir mal in der nächsten Folge. Das ist wieder mal eine Folge bei Lieberlinge. Bis dann. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen. Entschuldigung mit den Husterchen, aber ich hab mich wieder ein bisschen erkältet. Ich bin da irgendwie... Komm ich da nicht mehr raus. So, wir wollten... Ich bin der Meinung, einer ist auf jeden Fall der. Ich weiß nicht, ob der auch einer ist. Der ist auf jeden Fall einer. Und eigentlich auch eine Miezekatze. Gut, dann bräuchte ich noch... Dann kann ich eh da hinten hingehen. Also, ein Feld bauen wir denn doch. So. Wir haben einen... Ist der Schwer voll? Nein, ist nicht voll. Okay, dann gehen wir noch einen Geflügelten holen und dann gehen wir mal da hinten gucken. So. Jetzt haben wir erstmal drei, vier Stück. Gucken mal, wo wir die hin platzieren müssen. Ich bin der Meinung, da müssen bestimmt alle Sorten, die wir jetzt so einsammeln können, da bestimmt irgendwo hin. Oh, ich bin total aufgeregt. Ähm... Ach Quatsch, wir laufen. Wir gucken uns gleich nochmal ein bisschen... Also ein bisschen die Gegend an. Hallo Huhn, hallo Han. Hui. So, Pink hat er schon. Pink ist ja auch das Einfachste in dem ganzen Ding. Ich habe jetzt noch einen blauen, einen Phosphor, einen Honig und einen Radioplot. Alles andere dürfte ich unterwegs im Notfall bekommen. Genau. Deswegen habe ich jetzt erstmal nur den Phosphor und den Radium. Da muss ich mich auf die ganz andere Seite. Hui. Scheiße, dass man nicht mehr als nur vier hat. Vier ist ein bisschen bescheiden schön. Aber es ist ja auch nicht so schlimm jetzt. Hopp. So, wir ein Stück rennen. Wir rennen, wir rennen, wir rennen, wir rennen. Wir haben auf jeden Fall ein total tolles, neues Mysterium gefunden. Was wir natürlich total super finden. Weil wir ja total neugierig sind, oder? Also, komm. Wie kann man bei dem Spiel bitte nicht neugierig sein? Es macht einfach nur Spaß zu erkunden, zu gucken. Wo kommt man hier? Von A nach B. Wo muss man da hin? Da war das, genau. Hier könnten wir uns dann auch gleich einen roten und Miezen-Slime holen. Genau. Uh. So. Was sollst du da stellen? Ah, du bist die... Genau, du bist der Honig-Plot. Okay. Du bist der Phosphor-Slot? Und zu dir würde ich sagen, bist du der Radioaktive-Splot. Genau. Jetzt fehlt endlich noch... Hm. Was soll ich noch die anderen finden? Es fehlt definitiv noch zwei. Die Katze. Ah, hier ist der... Rote. Den krieg ich... Könnte ich gleich kriegen. Und oben muss hier noch der Miezen-Slime sein. Gehen wir mal gucken, wo der... Wir holen jetzt auf jeden Fall erst mal die zwei... Ähm... Kristalle. Gucken wir mal. Ah, da ist gerade eine Mieze-Katze. Ja, ja. Ist okay. Ja, wenn die explodieren, geben die halt nichts her. Jetzt müssen wir uns mal hier mal gucken. Okay, mal schauen. Sowas habe ich jetzt natürlich nicht bei. Ihr könnt ja auch keine Ahnung, was wir da brauchen. Ähm... Warte mal. Die fressen eigentlich Hühnchen. Warte mal. Mal mitnehmen. Guck, ob wir irgendwo... Ah, da ist einer. Nee, dich brauche ich jetzt nicht mehr. So, und die letzten zwei haben wir auch noch. Jetzt müssen wir nur noch die Mieze-Katze finden. Weil den einen... Den hier haben wir gefunden. Okay. Einer fehlt uns noch. Wo ist die Mieze-Katze? Wofür versteckt die sich? Hm. Komisch. Okay, da ist die nicht. Jetzt kommen wir mal hier. Nee. Dafür brauchen wir noch einen Schlüssel. Aber hier kann man bestimmt auch... Hm. Hier kann man irgendwie nirgendwo was hinstecken. Um... Okay. Okay. Vielen Dank.